Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge auf unserem TG Hausen Projekt. Ja, ich habe in der Zwischenzeit den MP Truck im nächsten Feld mit der Unkrautspritze gestickt und ich habe das andere Feld, das Grasfeld, abgemäht und jetzt müssen wir es badern und einsammeln. Ja, aber ich habe in der Zwischenzeit geschaut, wir haben keinen Schwader, jetzt müssen wir uns einen Schwader holen. Hm, welchen holen wir uns denn? 14 Meter Steuer. Hm. 14. 18. 18. 19. 20. 20. 20. 20. 20. Oh, weg, let's see. Warum wurde er? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und dann kommen wir weiter. Und dann kommen wir weiter. Nein. Da will ich. und mit dem traktor hier den ladewagen dann warten wir bis der eine beim sparen ist mehr um das glas zusammen war dann und stimmt und ja Vielleicht können wir den Fuß einstellen, den Händler hoch. Warten wir bis er kommt. Wir haben den Badewagen fahren zur Wiese. Schaut es mit unserem Feld jetzt aus. Oder nicht? Nee, nicht so. Wir haben das Problem. Oh, das ist ein Problem. Wir haben den Problem. Ja, die. Dann gehen wir mal das Feldschwadern, oder halt das Gras-Schwadern, besser gesagt, und dann können wir das einlagern, dann können wir uns Kühe kaufen und warten, bis das Feld, äh, Landreif ist, das Dreschen und uns ein Diener verfügen. Hmm. Hmm. Nein, das fliegt mal zu. Können wir da später einsammeln. Da muss man schauen, was uns die Fehler machen, auf schnell eingesteigt. Fast genau von der Größe her, müssen wir ein bisschen fixen. Fast genau von der Größe her, müssen wir ein bisschen fixen. Fast genau von der Größe her, müssen wir ein bisschen fixen. Fast genau von der Größe her, müssen wir weiter her. Fast genau von der Größe her, müssen wir einsam machen. Fast genau von der Größe her, müssen wir noch mal verschen. da müssen wir warten bis das eigentlich hier anschmeißen hier 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 geht man endetig zu langsam damit war fertiger mit dreschen Das war's. 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 Das war's.